Wenn du ein exklusives Handy in der Tasche hast, dann musst du das doch hier raus und chattest du damit. Meine Fresse. Kommt das in einen Schädel oder was? Wahrscheinlich mal nicht. Also so ein tolles Laptop da, benutzt du doch den oder so. Aber lass doch das exklusive Handy in Ruhe. Meine Güte. So. Aua. So, jetzt bin ich mal gespannt, welche Route... Also, es gibt ja zwei Wege. Shit. Ich versuch's erstmal mit der Route hier. Weil das nämlich die kistenreichere Route ist, glaub ich. Gut gemacht, Coco. Oh, was ist denn das? Ich drücke halt wirklich Sliden als erstes und dann Springen. Und dann macht der trotzdem diesen... Ja, nicht der, sondern sie. Macht diesen... Shit ab, nenn ich's jetzt einfach mal. So, also ich muss bei den Viechern auf jeden Fall so einen Sprung machen. So. Noch mal ein Vogel. Ja. Akku, Akku können wir erstmal da lassen. Das muss nicht sein. Lassen wir erstmal da liegen. So. Wir werden auf jeden Fall mit diesen Sprüngen hier arbeiten. Das ist ganz wichtig. Wow. Close, close. Boah, jetzt hat der fast... Jetzt hat der fast schon wieder ne Kiste vergessen. Die Jude. Aber nur ne fast. Nein. Ich glaub, einmal dürfen wir ruhig verkacken. Wird uns schon nicht, äh... Direkt übel genommen. Will ich zumindest fantasien. Oh, da ist schon das Ziel. Hölölölölölölö. Ah. Bitte, lass das reichen. Ja. Ha, 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 ha. Ich kannte das Level halt null. Wie viel hat das? War das dritter, vierter? Ha, ha, ha. Alter. Alter, gehen wir gerade hier ab am Anfang. Nice. Nice, 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 nice. Aber wir haben die... Ja, wir haben die krassen Level natürlich noch nicht gemacht. Äh. Also, da kommen noch auf jeden Fall harte Brocken auf uns zu. So. Besseres ist... Eine Minute... Boah, was? Was hab ich gebraucht? Eine Minute vier... Alter, holy shit. Eine Minute vier 30 geschafft. Eine Minute vier 30 war Platin. Nein, guck, guck. Geh nicht ans Handy. Nicht ans Handy. Will mir die besten Listen angucken. In Ruhe, bitte. In Ruhe, bitte. So. Was sind denn die Leute hier hinten? Okay. Die haben es gar nicht gepackt. So, was ist das hier? Äh, ja, 36. Das ist alles hier hinter nicht mehr legit. Das ist einfach nur... Ice Blue, ja. Weißt du was? Bei einer Millisekunde kannst du dich am Arsch kratzen gehen. Und das Scheiße dran klebt am besten. Und einmal richtig schön abkratzen und nicht fresse damit. Oh, rückwärts laufen in Superspeed. Das kann ich auch noch nie gemacht. Das war auch mal interessant. Oh, Gott. Äh. Äh. Ich lauf gerade komplett auf Autopilot. Ich, 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 ich. Oh, Gott. Gott, oh, Gott, oh, Gott. Äh. Okay, okay. Okay, einzelne Brücke. Ah. Die Druckkisten, oh, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen. Laufen, 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 laufen. Gott, oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ah, egal. Nicht so schlimm. Hoff ich. Boah. Alter. Ernsthaft? No fucking way. Alter. Okay. Ich sag so, ja, hab ich noch nie gemacht. Was passiert? First try. What the fuck, Alter. What the fuck, Alter. Kann ja nie wahr sein. Da hat mir noch kein Mensch. Oh, ja. Lol. Alter, bei was? Ist das gerade, ist das jetzt wirklich gerade passiert? Wir haben es beim ersten fucking Mal geschafft. Beim ersten Mal. 56, 55. In drei Sekunden hatten wir sogar noch Zeit. 37, nee. Kannst du mir nicht erzählen. Es sind auch immer irgendwie fast die gleichen. Die hier irgendwelche absurden... Ja, Eisblue. Ach, ich kann ahnen. Keine Worte für den Eisblue. Ei, 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 ei. Heilige Scheiße. Krass. Alter, das ging richtig fix, ey. Ich dachte, wir hängen hier Ewigkeiten beim ersten Warp Room. Das ging richtig fix. Äh, nö. Wieder verdrückt. Hoch, bitte. Danke. So, gleich nochmal. Perfekt. So. Aber jetzt können wir schon wieder das nächste Schnee leveln, ne? Ehe, ehe, ehe. Snow Bliss. Ja, wie gesagt. Ich gucke nicht auf die Zeiten. Ich lasse mich halt wirklich überraschen. Ob wir es dann packen mit der... Bestzeit quasi. Scheiter einen neuen... Interessiert uns alles nicht mehr. Ich dachte, hier stehen immer neue Hinweise für die Relikte. So, komplett blind rein. Kisten? Keine. Okay. Wollte ich nur wissen. So. Oh Gott. So. Das war schon mal nicht schlecht. Sehr schön. Egal. Es sei denn, wir kriegen hier ein Triple. Akku, Akku. Dann ist es nicht so egal. Scheiße. Nee, warum machst du das, Koko? Äh. Wieder die Dreier verpasst. Das kann doch nicht wahr sein. So. Nein, Koko. Nein, Koko. Nicht das machen. Sie macht es trotzdem. Ich... Ey, Leute. Das ist nicht wirklich wahr, ne? Ich hasse diese Stelle. Ey, du willst mich doch verarschen, Mann. Ich weiß nicht, wie ich an diese Dreierkiste komme. Also, es hat einmal geklappt irgendwie. Ich weiß nicht, was ich genau gemacht habe da. Koko. So geht es. Ob ich das jedes Mal schaffe? Jetzt sei dem Zufall überlassen. So. Runter geht's. Oh, Gott. Ach, du Scheiße, Mann. Ah, toll. Da hinten war das Ziel. Rip. Och, gerade ging's doch. Koko, das ist nicht... Das ist nicht dein Ernst. Mich doch alle verarschen. Okay. Zumindest haben wir die Dreier mit. Auf jeden Fall. Wir haben ja schon mal was wert. So. Zack. Nächste Runde. Ne, ne, ne. Das ist nicht wahr. Ey, das gibt's jetzt nicht. Ne. Och, nein. Das war so ein schöner Run. Ah. So eine Scheiße. Jawohl. Äh. Äh. Okay. Och, komm, Alter. Ist das dein Ernst? Äh. Ah. 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 Mann. Hey. Wow. Ernsthaft? Cool. Nein! Rück! Ach komm! Ey! Ey, das kann doch nicht dein Ernst sein! Meine Fresse! Kann nicht sein! Immer durch diese dummen kleinen Pissfehler! Und dann passiert immer sowas! Ein kleiner dummer Pissfehler! So! Jetzt muss man immer ein bisschen Delayed machen! Oh Gott! So! Auf Gottes Willen! Ja! So! Ich muss manchmal auch einfach meinen... So! Ja! Das könnte es sein! Jawohl! Ah! Ja! Danke! Ah! Ah! Gott! Eieieieieiei! Aber noch lange... Bei weitem nicht so schlimm wie... Wie... Wie Stormy Ascent! Also das ist alles noch aktuell aushaltbar! Und locker möglich, finde ich! Aber! Das letzte Wort sei noch nicht gesprochen! Kann sich noch immer ändern! Dann! So! Besten Listen bitte! Wer hat es legit geschafft? Mal gucken! Ice Blue! Natürlich! Bestzeit! Wie immer! 31,19! Kann man schaffen, glaube ich! Das hier schon wieder nicht mehr! Das ist sogar ein No-Name! Okay! Ja! Und hier fängt es wieder mit der Glitcherei an! Das 31 könnte man, glaube ich, schaffen! Vielleicht! Ich weiß es nicht! Aber eigentlich auch eher unwahrscheinlich! So! Wie immer! Aircrash! Ich lasse mich nicht spoilern! Ich lasse mich nicht spoilern! Bei der Zeit! Und dann mal hier ein schönes Kistel! So! Jawoll! Nächster! Alk! Okay! Da muss ich mir was einfallen lassen! Äh... Lapp! Bada! Jawoll! Nitro! 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 Zack! Ignorieren! Aua! So! Gut, dass da keine Kisten sind! Auch hier können wir ignorieren! Ah! Ich darf halt nicht sterben! Aber das könnte auch schon reichen! So! Das dürfte reichen, oder? Jawoll! Nice! Like a breeze! So! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Perfekt! Aber bis hierhin... Bis hierhin... Noch nicht so schwer wie Crash 1, finde ich! Kommt langsam an die ersten Level auch ran, aber... An die schwersten Crash 1 Level... Noch nicht so ganz! So, 52 Sekunden wäre Platin gewesen! Gucken wir mal hier... Dieser Ice Blue, der hat sich glaube ich echt alle Level Scores einfach gehackt! Anders kann ich es mir nicht vorstellen! Ja, hier auch wieder! Guck dir das mal an hier! Das ist alles... Weiß ich nicht... Alles nicht so... Legitim! Oh! Das ist Bärreiten! Nein! Das kann ich nicht mit Coco machen! Oh man oh! Okay! Dann brauchen wir den guten Crash doch nochmal! Dann... Vielen Dank.